Marco Stiepermann ist bei uns. Marco, schön, dass du da bist. Was für ein irres Wochenende, was für ein Spiel. Noch ein Grund für dich, mehr gab es zur Freude. Du hast nämlich das erste Mal für den VfL getroffen. Wie war es für dich und wie groß war der Stein, der dir danach vom Herzen gefallen ist? Ja, erstmal bin ich sehr froh darüber, dass wir gewonnen haben. Nach so einer ersten Halbzeit ist das auch, glaube ich, nicht selbstverständlich gewesen, dass wir das Spiel noch gedreht haben. Aber das zeigt dann auch, dass die Mannschaft sehr gut lebt und dass ein großer Zusammenhalt da ist. Für mich persönlich war es natürlich ein tolles Gefühl, auch dann vor der Kurve das erste Tor zu schießen. Ich würde jetzt gerne nachlegen. Wir mussten ziemlich lange auf deinen ersten Treffer warten. Hast du dir zwischenzeitlich selbst ein bisschen zu viel Druck gemacht? Ja, mit Sicherheit. Im Unterbewusstsein ist das dann, denke ich, auch da, dass man auf sein erstes Tor wartet und ich habe sehr lange darauf gewartet. Die Last war einfach sehr groß und ich bin froh, dass es jetzt endlich vorbei ist. Du hast gerade selber schon die erste Halbzeit angesprochen. In der zweiten wart ihr dann auf einmal wie ausgewechselt. Was ist in der Halbzeitpause passiert? Was ist der Trick? Ja, wir haben einfach ein paar Sachen besprochen, die einfach nicht gut waren, die wir ändern mussten und durch ein paar Kleinigkeiten, die wir dann geändert haben und uns dann auch ein bisschen an der Ehre appelliert haben, haben wir es dann geschafft, den Gegner einfach niederzurennen und ich glaube, das hat man dann gesehen, dass mit großem Kampf dann einfach auch vieles möglich ist. Die Saison neigt sich ja jetzt dem Ende. Wir haben nur noch drei Spiele. Ist man da noch mal besonders motiviert auf der Zielgeraden? Ja, also das Ziel ist ja natürlich dann jetzt erstmal auch den einstelligen Tabellenplatz zu behalten und ich denke, es wäre auch un für anderen Mannschaften gegenüber zu zeigen, dass wenn man da nicht alles abruft, dass es dann ja auch unfair werden kann für die Mannschaften da unten, die da noch rumhängen und wir wollen aber unbedingt alle drei Spiele möglichst gewinnen, weil wir das Ziel haben, einfach auf einem guten Tabellenplatz am Ende landen zu dürfen. Sonntag ist jetzt Arminia Bielefeld zu Gast. Wenn wir auf die Tabelle gucken, sieht es für die nicht gerade gut aus. Die brauchen eigentlich unbedingt diese drei Punkte. Ja, aber die können sie auch noch in den zwei Spielen danach holen. Wie gesagt, wir wollen unsere Spiele gewinnen und dürfen dann nicht auf andere Mannschaften gucken, ob sie absteigen können oder nicht. Das zählt dann letztendlich nur wir und so geben wir das Spiel auch an.